UNTERTITELUNG Könnten Sie jemanden notfalls vom Grundstück jagen? Könnten Sie mich beschützen? Ja. Woher haben Sie die Nummer? Glaubst du ernsthaft, dass ich dich einfach so durch die Gegend spazieren lasse? Er sagte, du schuldest ihm was. Ich schulde ihm Scheißdreck. Du bist ein Krimineller und Teil meines Unternehmens. Es gibt noch anderes, was ich tun kann, beziehungsweise tun will. Nehmen Sie an, ich hätte mich in Sie verliebt. Was würden Sie machen? Einfach alles. Du gehörst jetzt mit zur Familie. Ist wie verheiratet sein, bis dass der Tod uns scheidet. Weiß er von meiner Schwester? Alle wissen von deiner Schwester und dass sie... Hinter mir sind ein paar Leute her und sie werden vielleicht versuchen, dir wehzutun. Du bist verrückt, Mann. Gern wird jeden umbringen, jeden, der dir etwas bedeutet. Ich will, dass du das Land verlässt und zwar sofort. Und du kommst du mit? Ich komme nach. Ich muss zuerst noch was erledigen. Du verschwindest besser aus London. Keine Angst. Wir könnten Großes erreichen. Man würde sich an uns erinnern. Sie wollen nicht, dass ich ein Gangster bin. Denn wenn ich erstmal ein Gangster bin, kann mich niemand aufhalten. Und Sie würden als Erster sterben. Wir könnten uns gleich wieder etwas sehen. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020